Die Fabel Schildkröte und der Hase. Der Hase und die Schildkröte treffen sich und wollen ein Rennen machen. Hallo, ich bin der Schnellere. Ja okay, dann lass ein Rennen machen. 3, 2, 1. Der Hase denkt, er kann schlafen, weil er schneller ist. Die Schildkröte überholt den Hasen und gewinnt das Rennen. Der Hase steht auf und die Schildkröte ist weg. Die Fabel zeigt, dass man oft mit Anstrengung eine ungünstige Eigenschaft ausgleichen kann. Applaus Applaus Applaus